hallo und herzlich willkommen in Folge RAFT und ich habe mich entschlossen dass ich das wohl hier nicht mehr länger spielen werde leider scheint es bei euch gar nicht anzukommen oder ihr habt ja wenig interesse daran habe ich gedacht komm lasse ich es lieber wegfallen vorerst mal zugunsten anderen Let's Plays das heißt wir können eigentlich jetzt diese Folge riskieren was habe ich denn ja ich also die Blumen aber ich kann versuchen mal hier ein bisschen was abzuschürfen und heißt gar nicht da so abbauen ist ein bisschen komisch gerade hier ich kann hier Stein abbauen hier ist gerade etwa ein Flutding hier habe ich das Gefühl was ist das hier Sand Sand wow das klingt echt klasse hier Sand braucht mir auch viele Sachen herzustellen habe ich schon gewohnt wenn ich das kriege Blüten auch abbauen nein vielleicht irgendwas geht da ich habe uns abschließend bald erhaken ich kann überlegen wieso ein Heinrich kommt schläft er gerade oh ok ähm ich glaube uns hat das Schiff gequetscht das war nicht der Hai da ist der Hai vielleicht war es doch der Hai ähm na gut ich kürze aber erstmal was mir traf eben ganz klang das war Philipp ich habe hier noch ein anderes Haifüßteick wir gehen mal kurz schlafen, einfach mal hinlegen, damit wir ein bisschen mehr energie haben, wir sind ein bisschen tragegefahren. Guck mal, was zu essen. Naja, ich möchte da nichts essen. So, okay, jetzt kommst du an. Ähm, hab gar nicht aufgefüllt, so, ernten, äh, ich klau rein, äh, da brauchen wir mal Wasser, ja, so, pflanzen, bewässern, so, habe ich was effektives für ein Hai, so, lernen, können. Ich finde, da wird einiges, ne? Na gut, ich glaube, langsam müssen wir hier wieder weg. Wir können jetzt hier zwar verharren, ähm, aber wir kommen sonst nicht weiter. Da. Für ein großes Raft, äh, 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 großen Dings brauchen wir, wir haben nichts woanders. Ein Schanier, vier Nägel. Ich glaube, ich habe das Schanier gelegt. Das ist mir auch aufgefallen, dass man hier Plus drücken kann und so eigentlich Sachen craften kann. Das ist mir erst letztens aufgefallen, so nebenbei mal gemerkt so. So, jetzt habe ich ein großes, großes Anbaubecken. Okay, jetzt können wir nämlich hier eine Palme pflanzen, sofern wir Palmesamen, genau. So, ich denke, ein paar frisches Wasser, genau, müssen wir auch gießen, natürlich. Also können wir wenigstens mal Bäume pflanzen. Die Frage ist einfach, woher kriegen wir da wieder neue Samen? Wir gerade haben hier für zwei Palmen genug, aber ich frage, ob das reicht. Das wissen wir auch nicht. Aber ich glaube, eigentlich hätten wir jetzt schon mal akut gesammelt, dass wir wegkommen. Ähm, ich würde durchaus sagen, es geht darum, dass wir vielleicht wieder weiterkommen. Oh, wo ist wo? Scheiße. Okay, es wird Zeit, wegzukommen hier. Wir sind weiter los hier. Es geht hier noch mehr kaputt. Okay, vom Netz. Okay. So. So. Okay, jetzt brauche ich hier Blätter dafür. Aber ich brauche Blätter. Da brauche ich Blätter. Aber da brauche ich Blätter. So, jetzt gehen wir hier um die Insel. Boah, es braucht so viel Blätter. Es braucht zu viel Blätter. Es braucht so viele Blätter. So viele Blätter. Ich blätter, Blätter. Ja, da müssen wir zuerst wieder was tun dafür. So, auf Wiedersehen Insel. Zeitgub voran. X drehen. Ja, sanft drehen so. Ja, genau. Gegen den Wind, ne? Der Hei ist auch noch da. Oh, ist die schon gewachsen? Also wachsen, ernten. Ich glaube durchaus, es macht wirklich Sinn, wenn wir ähm... Oh. Wir haben schon wieder Hunger fast. So krass wie schnell das geht. Ähm, so. So. So, braten. So, gleich mal. Ja, bin gespannt wie schnell so ein Baum wächst eigentlich. So, hier können wir gleich zwei miteinander nämlich tränken. Uh, jetzt meine geplankereide, nur ein bisschen Schrott. Okay. Okay, wir müssen jetzt das Ding hier in den Wind aussetzen. So. Dann kommen wir hier auch voran. Sonst schippen wir hier ein bisschen, um allem vorbei. Macht nicht so viel Sinn dann. Ich verwechsel immer das Leben mit meinem Essen, ne? Das ist wieder eine Reif. Geht schon ziemlich schnell. Kann man da ein paar mal fast vom Wachsen zusehen? So. Hier ist die schon, ne? Uh, ich dachte schon, ich gehe vorbei. Das war drei. Oh, Blätter. Blätter. Eine Planke hier. Okay, wir brauchen mehr Netze. Dieser hat uns natürlich ein Netz hier weggemacht, ne? Uh, das Glück hat. Ganz eingefangen. Ich muss noch einen eigenen Anker bauen. Wir brauchen dafür ein Seil. Sehen viele Blätter. Ja. Ich sage mal, das Ding hier ist, man kriegt ja schon mit der Zeit was zusammen. Aber es geht schon, ist ein bisschen langweiliger das Ganze. Wieso? Boah, der. Für beide Teile halten. Okay. Boah, der hat mich auch angegriffen, unglaublich. Von dem Ende der Rüstung. Ja, Metallbahn wirst du mich verarschen. Ich würde es natürlich besser halten, aber... Es ist auch schwierig, das überhaupt einzufangen oder zu halten. Es ist auch schwierig, das überhaupt einzufangen oder zu halten. Besser halt verbauen das Ganze, ne? Ich habe kein Plastik mehr. Bei allem so viel Plastik. Ähm... So. So. Was haben wir mal? Leider will nur planken und... Ja. Nicht so schlau ist. Ah, sehr gut Blätter. Okay, wir müssen etwas essen und trinken, ey. Das finde ich ein bisschen extrem, wie... Ja, wie langweilig das Ganze ist. Wie oft man trinken und essen muss, in kürzer Zeit. Teilsam ist das Gefühl, man ist nur die ganze Zeit am Kippen. Oder am... Oder reinschaufeln, blöd gesagt. Aber auch Fischwasser habe ich auch verpennt. Die Palmen sind hier fast ready, ne? Die wächst und gedeiht. Ich muss nur einmal... Nein! Scheiße. Habe ich es nicht gesehen. Oh, ärgerlich. Da sind fast durch die Lappen gegangen. Okay. Das sind sogar zwei Fässer. Ähm... Gut. Was brauchen wir für weitere Sätze? Machen wir Metall. Stein. Ruhe Kartoffeln. Okay. Mal ganz neue Sachen. Ruhe... Wir haben schon sieben Ruhe Kartoffeln. Echt. Ähm, so. Was drin? Ja. Bretter, Bretter, Bretter. Ich sehe viele Planken. Da ist noch was. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Äh, ein Bootshaus. Ähm, ja. Plastik rüber. Schau mal. Wir liegen fast vorbei. Dem Ding jetzt. Ich hoffe, ich habe genug Platz dabei. Ich habe alles voll. Ich habe genug Platz dabei. Ich habe genug Platz einfach haben. Ich habe diese Kasse aufgeben. Schau mal, ich habe mich nicht schockiert. Ich habe hier noch was drin gegeben. Es ist ein ganz besorgen. Ich habe mich nicht gefordert. Hey, was ist los jetzt? Hä? Okay, was ist noch ein Spaktrum? Scheiße. Ja, das ist fast weg. Wow, was war das jetzt? Wie ätzend denn? Okay, wir müssen wieder ätzend. Ähm. Okay, die Kartoffel ist fertig. Oh, scheiße. Kann ich noch eine Kiste bauen? Schrott. Schon hier. Wie kann ich schon hier bauen? Muss ich finden. Wir brauchen mehr Kunststoff. Okay, warte mal. Wir haben Kunststoff noch. Mit dem liegt es ja nicht. So. Ähm. Ein große Muschel. Wo ist das hier? Ton. Wie kann ich das tun? Aha. Ähm, okay. Oh, Kartoffeln tun echt gut. Und. Ernähren. Es wäre glaube ich die Idee noch ein weites Lager zu bauen. Ganz ehrlich bin. Einfach Reiniger. Ah. Die haben ja schon, oder ist das? Haken. Haken. Die sind ganz gleiche wie die Kunststoffe, äh schneller. Ah, okay. Das ist ein Schrottteil, das wir suchen. Also wir brauchen Fässer eigentlich, gut Deutsch. Das haben wir aufgegabelt. Ja, besser. Okay. Ein bisschen was essen. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr so wiedergegeben. Das erste Mal. Erstmal gab es halt extrem viel. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal hier Schluss für heute. Ähm. Ja. Ich habe hier ganz was weitergegeben. Wenn ihr wirklich möchtet, dass ihr weitergeht. Dass ich hier weiter aufnehmen, weiter folgen bringe. Dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Wenn ich nichts lese, leider nächste Zeit. Dann würde ich sagen, ich würde mal vorerst mal hier pausieren. Das Let's Play. Vielleicht schauen wir hier ein anderes Mal wieder rein. Wer weiß es. Wie gesagt, zugunsten von Unlet's Plays möchte ich jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen. Ich bedanke mich trotzdem für alle, die zugesehen haben. Und würde sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Oder beim nächsten Video, das hier auf dem Kanal kommt. Oder wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass es hier wirklich weitergeht. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Und sonst sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. Bis dann. Eure Videos. Ciao, ciao. Ja, das war die heutige Folge von Raft. Ob ich das hier überlebe und ich weiterkomme, werde ich mich dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Vielleicht ein Abo, wenn es euch passiert. Oder schaltet ein anderes Video ein von mir. Bis dann und bye-bye.